Nein, ich wollte noch nie Theoretisch könntest du das, wenn du Bock und Lust hättest? Wenn du Zeit zum Zocken hättest Wenn du Zeit zum Zocken hättest, ja Morgen kommen die beiden hier schon Alter, der ist Ach, die sind schon wieder am Campen, ist das schön Ich hab gerade einen aus der Entfernung abgeschossen Warum? Weil ich's kann Weil das kann eiskalt Nach morgen kommen die schon Ja Ja Oh, der scheiß Camper 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 Da ist jeder Rob, da sitzt Ich könnte jetzt von hinten mehr schießen Könntest du machen Ach ja, wir sind ja in einem Team, okay Ich bin da blöd, okay Boah Ich hab den erschossen, wenn ich hätte von hinten erschießen können Boah Ich hab den erschossen, wenn ich hätte von hinten erschießen können Hä? Ja, die Vorsicht, die, die Die liegen schon wieder, die liegen schon wieder irgendwo rum Ja, ja, ich hab's Ich hab's gemerkt Und ich Idiot, hab irgendwie eine Rippe drauf Ich bräuchte aktiv bezahlen Ich bräuchte Ja, hier in diesem Wald vor allem ist das richtig geil Okay, der ist nicht mehr Da lag da auch noch einer bei der Brücke, ist der noch da? Hä? Dann können wir den schön von hinten holen Da hat einer, ich glaub da hat einer die Farmer Feindliche Drohne näher zu Das ist eine neue Waffe, ne? Oh, yo Ja, wenn's die Farmer's ist, weil Feindliche Vorräte über uns Ich hab so eine neue Waffe gezogen, die HG-40 oder so heißt sie So eine Maschinenpistole Ach, du hast die Maschinenpistole gezogen Ja Aber ich hab die noch gar nicht gespielt, keine Ahnung wie die ist Wie, du hast ja gar nicht viel irgendwas zu spielen Ja, mach ich gleich, Papa Feindliche Drohne gesichtet Boah, hab mich beschissen geschossen, ne? Feindliche Konterdrohne in der Luft, Radar auf Feindlicher Wächter gesichtet Oh, ich hab den Camper holen, der hat schon Feindliche Vorräte über uns Schissen Geschossen Ich weiß nicht, dass man so mehrmals hinter einem her schießt, aber nicht trifft Hm, kenn ich sehr gut Hm, wir können nur von hinten kommen Bin ich dem scheiß Nomad doch in die Falle gegangen Hatte der einen Neuanstieg? Nee, ich hab aber einen abgeschossen Äh, anscheinlich fallen gelegt als Nomad Äh, wollte grad unten raus trennen aus diesem Haus Und da hockte da noch Äh Einer Und noch meine Falle gezappt Alter Vater Da hockte da halt noch Da erkennt da einer da nicht Da hat sich jemand einen Tritt verdient Oh fuck, ich bin auch in die Falle reingetappt Ja, wie ich sehe Achtung, feindlicher Dart im Operationsgebiet Nein, der Schicksal Wie klaren Bros das halt so machen, ja Oh, hier ist ein Wächter Oh, hier ist ja ne Stolperfalle Du siehst hier gar nicht Ich hab mir da eine Granate umgebracht, hier einfach reingeschmissen Ich hab auch verschiedene Blech da drin, da in dem Bunker Ja, okay Oder Stand Ripper Kill Nice Nein Der Stand auch da oben Hab ihn abgeschossen Nice Läuft bei uns Hm, ich bräuchte echt ne Waffe mit einer Munitionsanzeige Wie viel Schuss man auch im Maräten hat Ja, dann müssen wir leider Ja, dann müssen wir Standard spielen Ey, jetzt wär beim Hardcore wär's richtig geil Dann wüsstest du genau wieviel Schuss du noch hast Ja Ja Das stimmt allerdings Ähm, okay Weil so läßt man ja eigentlich immer noch auf gut Glück nach Das stimmt allerdings Die feindliche Drohne nähert sich Ja Das ist ja auch wahrscheinlich eine Drohne Aber so geschätzt kann man zwei Ja Je nachdem Du kannst ja, wenn du, wenn du, äh richtig gut mit einer Waffe bist, kannst du ja auch noch Maga O Da kann man einfach um die Ecke Magazinerweiterung, äh noch machen oder so Ja Ich find bei der Vespa ist das richtig krass Da braucht man das Schießt die, schießt sie so schnell Ja, die schießt so schnell und das Magazin ist so schnell leer Achtung, feindliche Drohne nähert sich Alter, wie kann man mit 12, 13 eigentlich erster sein, jetzt mal ganz im Ernst Wie scheiße sind denn unsere Teamkameraden Ich bin mal ein 11 hinterlieb Oh, geil Hahaha Fast ein Bild Achtung, feindliche Schwebeladung gesichtet Hm, unser ist natürlich Ja, ja Zwei Kinder und ich schaff's nicht, einen abzuschießen Das ist so geil, das ist so geil Hahaha Vorsicht, Granate da oben Ah, das ist wie sie Wir müssen ein bisschen was für deine KD tun, sonst sagt Nadine hinterher, boah, was bist du für ein Noob Hahaha Ich sag aber keinen Zunweg, ich sag keinen Zunweg Ich sag keinen Zunweg, was für deine Oh Er hat gerade einmal eine Granate gekillt Boah, er hat keine Hauptsicht, der ist da reingerannt Dann ist er selber schuld Ich hab's gelett, ich hab's gelett, ich hab's jetzt aber einfach gelett Dann machst du nix Dann machst du nix, aber das ist ja Oh, die Kä... In dem Bunker, ja, ich hab's gesehen Wie du verzögert da reingerannt bist Achtung, feindliche Vorräte von oben Feindliche Drohne gesichtet Das ist schon kacke Wenn man da reinläuft und dann lag Und dann ist es hingekillt Ja, da lauf ich nicht mehr hin Hahaha Das ist richtig kacke da Der erste Ich hab's gelettet Ich hab' den Körner gehabt Ah, wie schön das war einfach Hiervon hängt zu viel ab, Einsatz Das wird uns nichts mehr bringen Warum war gerade einer drinnen im Bunker? Achtung, feindliche Schwebeladung gesichtet Oh, da... Alter, wie schnell kam denn die Schwebeladung Zu schnell Ach, hinterm Baumstumpf hat er sich verpisst Also... Auf jeden Fall hab ich jetzt Großkaliber für die... ...Renovar frei, aber das brauch ich Ich brauch langer Lauf Auf jeden Fall brauch ich langer Lauf Ah ne, langer Lauf Wie schnell ist man jetzt auch nicht Gibt's ab... Ach, ja natürlich Ich hab'n nicht gesehen Was für'n Hu so Ich hab'n nicht gesehen 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 Ach, hast... Ah, jo, jetzt hast'n ja deine Kryptos auch zusammen Der Tod kommt, wenn man ihn am wenigsten erwartet Ach klar, der hat das Schwert Nenn mich doch Ja, der dritte ne Ja, der dritte ne Boah, geil Das sieht voll geil aus Und er hat den Streitkolben Läuft bei denen, ey Ja Es gibt bestimmt Wenn du auf PC spielst Gibt's bestimmt einen Server Wo du nur Nahkampfwaffen benutzen darfst Ist so Aber ich glaub' so was gibt's hier nicht Nee, die willst du auch machen Du musst dir dann allen eine Nachricht schreiben Nur Nahkampf Ja, wahrscheinlich in den Community-Gruppen oder so Steht das wahrscheinlich drin Oder machen die sowas? Suche nur Nahkampf oder so'n Scheiß Voll geil jetzt mit den doppelten EP Ja, bin gestern Level 52 Nice Oh, mir fehlt nur noch ein bisschen Bis zum letzten Krypto Ich hasse Echt? Ach, warte mal Ich kann ja Ah, ich kann ja Zumindest nur normale gerade ziehen Ja, mal gucken Ich hab' ein wirklich tolles Gefühl Hast du eigentlich schon Mastisch weitergeschafft? Das wollte ich dich eigentlich auch gerade fragen Nee, ich hab' noch nicht weiter gespielt Leider Ich auch nicht Ich will einfach nicht zahlen Weil abends nur für 3 Stunden los Ich hab' eigentlich gar nicht mehr mehr Zeit Ja, ist wirklich so Weil Daxus Du hast weiter verkackt Du hast weiter verkackt Du hast weiter verkackt Drei mal an der gleichen Stelle Dann schaffst du's Aber das war ja schon zu spät Und dann hast du Verkackt kein Leuchtfall mehr Nee, dann musst du ja Mögliche auch weiter machen Boah Boah, das war richtig scheiße Deswegen Eigentlich wollte ich ja Am langen Wochenende Mal ein bisschen Dark Souls Gucken Ich hab' ein bisschen Dark Souls Aber Wird ja nichts Nee, das wird wohl nix Wobei Nadine wollte mal Dark Souls 3 anspielen Da kann ich ja mal Einen eigenen Charakter machen Und den Prolog Boss versuchen Nice Auf PC PC Oder Dann bei dir Okay Ja Wahrscheinlich nimmst du Den Ritter Oder so Auch Oder ne Ritterin Ehrgesagt Ich kenn' ja ihre Geduldsspanne nicht Aber der erste Der erste Also der Prolog Boss Wenn man nicht genau weiß Wie der geht Dann ist er schon mies Der ist ja schon Die Operation Aber ich hab' ja mit dem Söldner Wie ich ja immer Äh Beim Mitgeschlag Vorher krepiert Mhm Ja Richtig Mit Söldner Das überlägt mich doch Der Söldner hat mich gereiht Und jetzt nicht doppelt Die Krummsäbeln Wo ich mal ausprobieren Wie er so ist War eigentlich ganz witzig Aber Ah Hast du auch Die ULIP-Tarnung Ja Hier für die Dingspump M8A7 Jo Aber Bringt unheimlich viel gerade Für mich nix Oh Spielst du M8 Sehr gut Einfach so Hab' grad mal Bock drauf Ich bin grad übelst am Längen Deswegen verstande ich mich mal kurz Ja ich hab grad nur noch Kämpfer gemacht Sorry aber Wusste dass da oben einer sitzt Boah da hat einer ne Machete Boah da hat einer ne Machete Der hat mich von hinten gemacht Das ist ja asozial Ne Machete ist geil Ja Ne Machete gibt's hier also auch Okay das wusste ich auch noch nicht Cool Voll aus der Hüfte Ja Voll aus der Hüfte gesprayt Aber ist mir egal Boah ich wusste dass da oben einer sitzt Ey scheiße Es kommt aus der Ja der hat mich auch geholt Aber es kommt aus der Ergebnis an Kille ist Kille Egal ob aus der Hüfte oder gezielt Ja ist wirklich so Ich hab so das Gefühl dass die Gegner hier generell einfach Paar schanzen Ja Hm Definitiv Wer sagt jetzt das nicht da oben war Ich weiß ja wie der Teammate von ihm da oben rumsteht Das ist so krass Ich weiß nicht wie die das immer machen Ganz ehrlich Ja ja manchmal Die merken sich anscheinend die Namen der Teammates Die sich mit denen verschanzen Und äh Soweit die gestorben sind Wissen sie ja da ist einer Ja Und ist so Boah du wolltest grad den Aktivtarnung machen Warte ich hab ja auch da einer in der Ecke Hast du ihn? Ne ich hab den oben in dem ähm Haus geholt Ach da Echt da? Läuft Wie geil hat das jetzt? Oh wie geil Ist der Flash jetzt oder was?